ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge bausimulator auf mit mir zusammen ich bin der dennis spielters und zwar sind wir in der letzten folge in der primären folge genau da stehen geblieben dass wir jetzt hier im generator vom lkw hoch angehoben haben und ihn dorthin gesetzt haben und den supermarkt wieder mit strom versorgt nun sollen wir die defekte straßenlaterne aus dem dach heben und zwar auch wieder mit unserem kran und ich würde sagen wir steigen einfach mal wieder ein und bewegen dann unseren kran wieder nach oben so müssen wir natürlich wieder ausfahren damit wir auch die laterne anheben können das war nämlich darüber schwenken warte mal schauen das jetzt ein bisschen geht ich möchte jetzt am besten so dass wir schon gar nicht so schlecht aus ein bisschen tiefer zurück so Hmm. 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 Nimm den doch. Na, du Bauch. Das ist echt nicht einfach. Das zeig ich euch mal. Muss ich den doch irgendwie zu... Äh. Mein Gott. Ja. Puh. Nimm den doch. Meine Güte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Ich war immer geschmeidig über rot und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Ein bisschen driften können wir ja auch noch. Kommt dann da rein. So, was sollen wir jetzt machen? Baumaschine parken. Habe ich ja. Ist er da nicht angenommen? Ne, hat er nicht. Jetzt haben wir es. Wahrscheinlich müssen wir jetzt mit dem Stapler fahren. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Dann machen wir das doch. Stapler fahren macht immer Spaß. Wenn du willst, kannst du die Baumaterialien genauso gut mit dem Gabelstapler aufladen. Aber du verwenden es nochmal den Ladekran. Das ist schon Wahnsinn. Ne, das machen wir nicht. Und natürlich erstmal hier die Luken öffnen. Funktioniert es ja nicht. So, dann werden wir uns auf den Stapler setzen. Gabelstapler sind bei Baustoffhandel auf und auf deinem Filmgelände frei verkügtbar. Sie eignen sich ausschließlich zum Verlangen von Paletten. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. 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 ... ... ... ... So, da? Okay. Okay. So, das haben wir soweit. Hä? Wollen wir uns gleich wieder liefern? Ja, jetzt wollen wir. Jetzt sind wir wieder den Stab da hier abstellen. So, dann können wir wieder einsteigen. So, dann können wir wieder einsteigen. Upsa. So zu nah an der Mauer. Ha. Kann passieren. So, dann liefern wir die Sachen jetzt an. Aber irgendwie bin ich doch verkehrt hier, oder? Hä? Da rein gerust. Er hat dran vorbeigefahren. So. Wieder hoch muss das. Ach du Scheiße. Wandranne. Ah. Ach nee, 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 nee. Oh, das geht. Das geht jetzt dazu. Oh, das geht jetzt. Oh, das geht jetzt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh! Oh, ja. Oh, oh! Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das ist echt nicht einfach. Das war's für heute. 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 Die ist mal eindeutig zu langsam. So, Müssen wir auch gleich da sein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. die polizei und hier ist der ufer ort auf gottes will so müssen wir jetzt irgendwie rausholen wie auch immer so strom scheint wieder da zu sein die lichter gehen wieder an es scheint als wäre die leitung repariert und das dorf endlich hat endlich wieder strom so geht es jetzt für uns weiter sprich mit haben machen wir das da stellt man extra warenhinweise auf aber falsch parker gibt es halt immer das hat er jetzt davon wir sollen das auto mitsamt des kaputten leitungsrohres aus der baugrube bergen und oben zum schrott auf den bauhof bringen dort bekommst du auch ein neues rohr für die gasleitung dass hier dann schleunig eingebaut werden kann um das umfallfahrzeug zu verladen kannst du auch den raubenbagger verwenden versuchen wir es einfach mal aber können große mengen erde bewegen und eignen sich für jede erdeckliche baustelle raubenbagger fahren auf ketten und können den oberwagen um die eigene achse drehen um kettenfahrzeuge zu beherrschen braucht es jedoch ein wenig übung mobilbagger fähren auf rädern und bieten eine kümliche transport bewegung und scharfelt kapazität auf mittleren baustellen deutlich keineinander nach ich versuche es einfach mal noch heran noch heran so jetzt haben wir es am haken aber ich glaube ich habe vergessen und zwar müssen wir natürlich hier die lupen öffnen ja klar logisch also da solltet ihr immer dran denken das ist ganz ganz wichtig ich habe das einfach leichter das ganze da einzubekommen hoch damit dann da rein bzw. da drauf so das auto ist da drin jetzt haben wir soweit erledigt jetzt mein gott zu machen so was aber jetzt machen warum geht es denn nicht weiter das glas auch noch ausheben oder passt doch gar nicht da rein oder müssen wir jetzt mit dem kran daraus sehen oder wie so 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 Leute, was ist denn jetzt? Wir haben das Unfallfahrzeug doch verladen. Was sollen wir denn jetzt machen? Oder haben wir den falsch verladen? Ne, eins von eins. Ist doch verladen. Du musst so umgedreht werden. Ey, ich werd noch bekloppt, ey. Wir haben das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hoch, in die Richtung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020